Musik Es war einmal eine Königsdorf. Sie lebte im Schloss Neuschwanstein. Ihre Haut war weiß wie die Startseite von Google. Ihr Mund war rot wie YouTube und ihr Haar schwarz wie ein ausgeschalteter Lammdruck. Leider starb ihre Mama sehr früh. Der König heiratete wieder. Die neue Frau war sehr alt. Sie hatte einen Spiegel, der nie lag. Sie fragte ihn. Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer hat die meisten Instagram-Follower im ganzen Land? Der Spiegel antwortete. Frau Königin, ihr habt die meisten Instagram-Follower im ganzen Land. Als die Königsdoktor 14 Jahre alt war, wurde sie von allen Schnee-Instagramschen genannt. Die einzelne Königin fragte wie jeden Morgen den Spiegel. Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer hat die meisten Instagram-Follower im ganzen Land? Der Spiegel antwortete. Frau Königin, ihr habt die meisten Instagram-Follower im ganzen Land. Aber Schnee-Instagramschen hat noch tausendmal mehr Follower als ihr. Außer sich verwohlt, gab die Königin Schnee-Instagramschen den hässlichsten Rosasal, den sie finden konnte. Sie sagte, Geh in den Schwarzwald und komm nie wieder. Dort wirst du keinen Internet-Empfang haben. Schnee-Instagramschen irrte traurig durch den Wald. Sie fand eine kleine Hütte. Dort standen sieben kleine Laptops und sieben kleine Tellerchen mit Dahl und Reis. Schnell lockte sie sich bei Instagram ein und postete ein Foto vom Dahl. Dann legte sie sich in eines der sieben kleinen Betten in der Hütte und schlief ein. Dann kamen die Bewohner des Hauses nach Hause. Es waren die sieben Bollywood-Zwerge, die gerade im Bergwerk einen neuen Film drehen. Der erste Zwerg, Amitabatchen, sagte, Wer hat meinen Laptop gekostet? Der zweite Zwerg, Amit Khan, sagte, Hihila, wer hat meinen Dahl gegessen? Der dritte Zwerg, Scharlakhan, sagte, Hey, 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 können Sie das berühmte Schnee-Instagramchen nicht in meinem Bett? Am nächsten Morgen backte Schnee-Instagramchen auf. Sie war sehr aufgeregt, die sieben Bolliwut-Zwerge zu treffen. Sie erzählte die ganze Geschichte. Der älteste Zwerg, Amitabh Bachchan, sagte Wir helfen dir. Ich habe eine Idee. Wir gehen nach Sie und zu Ramaswamin und Mutthuswan. Das sind die beiden besten Programmierer der Welt. Hi! Sogleich postete Schnee-Instagramchen ein Foto von sich und den sieben Bolliwut-Zwergen im Flugzeug. Währenddessen stand zu Hause die Königin wie jeden Morgen vor ihrem Spiegel. Spieglein, Spieglein, Anderworn, wer hat die meisten Instagram-Follower im ganzen Land? Der Spiegel antwortete Frau Königin, ihr habt die meisten Instagram-Follower im ganzen Land. Hab ich nie Instagramchen in den sieben Zwergen hinter dem Himalaya? Hat 23 Millionen Follower mehr? Die Königin war sehr wütend. Sogleich nahm sie all ihr Kohl und schickte es nach San Francisco zu Instagram und sich mehr Follower zu kaufen. Bald schon hatte sie mehr Follower auf Instagram als jemals zuvor. Die sieben Zwerge und Schnee-Instagramchen waren inzwischen in Bangalore angekommen. Ramaswami und Muthuswami waren sehr begeistert vom berühmten Besuch. Sogleich hackten sie den Account der Böse-Königin und löschten ihn. Ramaswami verliebte sich in Schnee-Instagramchen und kam mit ihr zurück nach Schloss Neuschwanstein. Als die Böse-Königin entdeckte, dass ihre Account gelöscht war, schrie sie so laut, dass sie zu Stein erstarrte. Schnee-Instagramchen und Ramaswami heirateten und feierten ein großes Fest. Die Likes für das Hochzeitsfoto passen bis heute auf keinen Bildschirm. So postete Schnee-Instagramchen glücklich bis an ihr Lebensende. Schnee-Instagramchen glücklich bis heute auf keinen Bildschirm. 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 Schnee-Instagram.